Herzlich willkommen, auch in meinem Namen. Mein Name ist Stefan Flatter. Ich bin derjenige, der Dinge erforscht und entwickelt. Ich bin dabei, weil erstmal gute Leute da sind. Es sind Entscheidungsträger da. Es sind Leute da, die eine Vision irgendwann hatten, die kleine und mittlere Unternehmen führen. Und das ist auch so ein bisschen meine Klientel. Die Themenauswahl finde ich gut und ich finde auch die Spontanität gut von den einzelnen Mitgliedern, die dabei sind. Sehr offen, auch nach dem Thema. Man kann gut diskutieren. Und ja, es sind alle sehr spontan und ich finde es ein gutes Arbeitsgesetz. Ich habe zwei besucht und ich werde sicher einen weiteren besuchen.